Die Postmoderne in Forge of Empires Die Postmoderne ist das elfte Zeitalter in Forge of Empires und wurde mit Update 1.27 am 3. Juni 2014 dem Spiel hinzugefügt. Dieses Zeitalter umfasst die 70er und 80er Jahre, insbesondere mit der Schlussphase des Kalten Krieges. In der Postmoderne kann man zu Beginn ganze 5 Technologien mit insgesamt 375 Forgepunkten füllen, bevor man den Schritt in das neue Zeitalter verzieht. Wie bereits in früheren Zeitaltern ist das auch hier wieder zu empfehlen und diesmal in weitaus größerem Umfang möglich als je zuvor. Auslassen kann man ohnehin keine dieser ersten 5 Technologien, da sie die Voraussetzung für die weiteren Technologien sind. Sehr angenehm ist, dass man die erste Gebietserweiterung wie gewohnt ganz zu Beginn bekommt und die zweite bereits kurz danach. Die meisten Spieler haben in der Postmoderne erheblichen Platzbedarf. Da sind die Erweiterungen mehr als willkommen. Die siebte und die neunte Provinz auf der Provinzkarte liefern ebenfalls jeweils eine Gebietserweiterung. Über die Provinzen bekommt man dann auch jeweils ein drittes Rohstoffvorkommen der Eisenzeit und des Industriezeitalters. Mit dem Boulevard, vor allem aber mit dem Gehweg, kann man die Straßen aufwerten, sodass diese mehr Zufriedenheit liefern. So teuer das auch sein mag, es reduziert den Platzbedarf für kulturelle Gebäude erheblich. Die Notwendigkeit unveredelter Güter zur Produktion veredelter Güter ist aus der Moderne bereits bekannt. Diesmal werden Güter des Industriezeitalters als unveredelte Güter zur Produktion der veredelten Güter der Postmoderne benötigt. Das Prinzip ist ansonsten dasselbe wie in der Moderne. Güter der Postmoderne sind nur wenig aufwendiger als Güter der Moderne. Zum einen brauchen die notwendigen unveredelten Güter aus dem Industriezeitalter nur 30% mehr Münzen und Vorräte als Güter der Kolonialzeit, die ja die unveredelten Güter der Moderne sind. Zum anderen steigt weder der Platzbedarf für die Gebäude zur Güterproduktion erheblich an, noch der Bedarf an Vorräten und Münzen. Deshalb sehen die meisten Spieler beim Handel von Gütern der Postmoderne gegen Güter der Moderne einen Faktor von 1 zu 2 nicht mehr als fair an. Je nach Server haben sich so 1 zu 1,5 bis 1 zu 1,7 als tragfähig erwiesen, wobei natürlich Angebot und Nachfrage den Kurs bestimmen. Bei der Forschung fällt zunächst einmal ganz gravierend auf, dass insgesamt 5 Millionen 30.000 Münzen benötigt werden. Das ist rund 5 Mal so viel, wie die Moderne benötigte. Dagegen fällt der Anstieg bei den Vorräten und Fortschpunkten schon fast moderat aus. Insgesamt werden für die Forschung 6.605 Güter benötigt, davon 1.510 aus dem neuen Zeitalter Postmoderne und weitere 5.095 aus den vorhergehenden Dreizeitaltern. Bei der Forschung kann man die Technologie Abfallwirtschaft auslassen. Das spart allerdings nur 39 Fortschpunkte. Dafür hat man dann eine offene Technologie zur späteren Verwendung, z.B. bei Quests. Man verzichtet dadurch auf ein Produktionsgebäude, den Schrottplatz, das 50% mehr Vorräte produziert als andere gleich große Gebäude dieser Zeit. Allerdings die Zufriedenheit der Bevölkerung etwas reduziert. Die beiden legendären Gebäude der Postmoderne sind das Habitat und Cape Canaveral. Das Habitat ist das erste legendäre Bauwerk, welches Bevölkerung bietet. Durch den Wegfall der vielen Wohngebäude spart dies in einem enormen Umfang Platz. Wenn die Wohnhäuser wegfallen, entfällt damit natürlich auch die größte Einnahmequelle für Münzen. Doch in der Postmoderne haben die meisten Spieler eh genügend andere Gebäude wie z.B. Schreine des Wissens, um weiterhin genügend Münzen zu bekommen. Die Entwickler haben dies anfangs aber wohl noch kritischer gesehen. Vielleicht, weil es damals auch einfach noch weniger Eventgebäude für Spieler gab. Wohl deshalb hat das Habitat als zweiten Bonus Münzen. Grundsätzlich bevorzuge ich den Innovation Tower, ein legendäres Bauwerk aus dem nächsten Zeitalter Gegenwart, wegen des attraktiveren zweiten Bonus, Forgepunkte. Allerdings hat das Habitat ganze 20% mehr Bevölkerung auf einer allerdings auch etwas größeren Grundfläche. Kurz, wer nicht bis zur Gegenwart warten möchte und die dazu benötigten Güter nicht einfach runterhandeln möchte, sollte sich für das Habitat entscheiden. Alle anderen warten besser auf den Innovation Tower, wenn sie ihn nicht ohnehin längst schon errichtet haben. Das Cape Canaveral bietet täglich in etwa einen Forgepunkt je Stufe seines Ausbaus. Wer dabei kalkuliert, alle Punkte selbst einzahlen zu müssen, wird in den höheren Stufen Jahre brauchen, um es jemals zu amortisieren. Wer allerdings Mäzene hat, die bereit sind, das 1,9-fache des Mäzenen-Bonus einzuzahlen, der wird auch an fortgeschrittenen Ausbaustufen Interesse haben. Auf jeden Fall ist dieses legendäre Bauwerk eine gute Verwendung für riesige Münzbestände. Ein Polster von 10 Millionen Münzen sollte man allerdings übrig lassen und für alles darüber Forgepunkte kaufen und zum Beispiel in das Cape Canaveral investieren. Münzen werfen keine Zinsen ab. Das Cape jedoch bietet jeden Tag Forgepunkte, die das weitere Vorankommen dann nochmal zu richtig pushen. Wenn jemand darüber nachdenken sollte, in einem Zeitalter ganz bewusst länger zu verweilen, um beispielsweise die legendären Bauwerke zu pushen, Dem empfehle ich, dies nicht in der Postmoderne zu tun, sondern noch den einen weiteren Schritt in die Gegenwart zu machen, um dann dort zu verweilen. Mehr dazu gibt es dann im Clip zur Gegenwart. Das Thema Kämpfen in der Postmoderne wird in einem eigenen Videoclip behandelt. Dabei gilt besonderes Augenmerk dem Umstand, dass auf der Provinzkarte nun der Gegner zwei Wellen aufbietet. Es wird also spannend!